Einen ganz wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu WannaCryDecrypting. Heute wollen wir weitermachen und zwar mit diesem ThreadSafeMemCopyPotentialISKeyDecrypt. Das ist jetzt nicht ganz so ohne dieses Mal, allerdings muss man hier dazu sagen, wir haben natürlich diese Funktion auch nur bisher grob mal angeguckt und jetzt haben wir schon mal hier wieder einige hilfreiche neue Funktionen gefunden, nämlich CryptDecrypt, das ist ein Funktionshandle, den wir hier verwendet haben und den rufen wir hier tatsächlich intern auf. Das bedeutet, wir haben hier eine Funktion aus einer Library verwendet und wissen erst jetzt, was das Ding eigentlich genau tut. Das heißt, wir decrypten ja irgendwas. So, dieses irgendwas ist uns eigentlich auch relativ gut bekannt, denn hier vorne, das ist unser ThisObjekt und in unserem ThisObjekt wissen wir, an der achten Stelle, also plus 8, steht eigentlich unser RSA-Schlüssel. Das heißt, das Ding hier ist unser RSA-Schlüssel, das Ding hier ist unsere Data, ja, ich mache hier mal ganz kurz Rename Data, mal gucken, ob ich das darf, ja, das darf ich sogar, das hier darf ich nicht Rename, das wird mir wieder um die Ohren fliegen, weil ich das in This umnennen soll, aber ich werde jetzt hier einfach mal, ich werde es tatsächlich mal This nennen. So, dann sagen wir hier This plus 8, okay, das ist unser RSA-Key, da ist die Data drin und das hier ist einfach nur die Size an sich und ja, dann haben wir hier eigentlich genau das, was wir tun wollen, denn wir wissen jetzt genau das, was ich gerade gesagt habe, das Ding hier heißt Data Out. So, und somit wissen wir, wir decrypten das, was wir hier reingegeben haben, nämlich diese Daten und schreiben die in Data Out wieder Encrypted rein. Okay, wenn wir jetzt nochmal rausgehen, ja, merkt euch bitte, dass der dritte Parameter hier Data Out ist, während der fünfte ist einfach Size Out, das machen wir auch noch der Vollständigkeit halber. Size Out, da schreiben wir quasi rein, wie groß das Ding ist, wenn wir es decrypted haben. Das heißt, wir haben This, Data, Size, Data Out und Size Out. Okay, wenn wir jetzt zurückgehen, dann muss ich ganz kurz hier rein. So, dann sehen wir hier This plus 4, nun gut, das ist halt einfach mein, ja, quasi mein RSA-Schlüssel, den ich dann da reinstecke. Das hier ist mein AES-Schlüssel, mein encrypteter AES-Schlüssel offensichtlich. Und das Ding hier, das ist mein, ähm, meine Key Size, ja. Das heißt, wir können das hier umbenennen in, ähm, encrypted Key Size. So, wunderbar. Dann ist das Ding hier mein decrypted AES-Key. Bam. Und das Ding hier, naja, das ist meine Decrypted AES-Key Size. Wunder, wunderschön. So, und jetzt haben wir richtig, richtig viel schon rausgefunden. Das heißt, was wir hier machen, ist folgendes. Wir decrypten mit RSA-Key. So, und das heißt, wir wissen jetzt, was hier eigentlich gerade passiert. Und wir wissen vor allem auch, okay, das Ding hier ist mein entschlüsselter Schlüssel. Und diese Funktion verwendet meinen entschlüsselten Schlüssel für irgendwas, okay? So, aber wir wollen ja eigentlich auch diesen entschlüsselten Schlüssel wieder haben, denn damit sind ja alle unsere Dateien verschlüsselt. Das heißt, das ultimative Ziel ist, diesen AES-Schlüssel wieder hier zu bekommen. Okay, wir gucken uns jetzt allerdings trotzdem noch ganz kurz diese Funktion hier an. Und wir wissen, ähm, Param 1, jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückgehen. Ähm, wir haben hier offensichtlich die, äh, wobei die Funktion darf ich nicht ändern, aber, ähm, wir können hier tatsächlich die Function Signature ändern. Und zwar können wir hier den Decrypted AES-Key reinpacken. Also hier schreiben wir einfach nur noch AES-Key, denn der ist auf jeden Fall Decrypted. Und wir haben hier noch einen Undefined Param 2. Ähm, den wissen wir leider noch nicht, was genau der macht. Der Param 3 ist die Key Size. Ähm, das heißt AES-Key Size. Und der vierte Parameter, der ist einfach Const 16. Also der ist einfach 0x10, das ist 16, wenn man es von hexadezimal umrechnet. So, das ist schon mal hilfreich. Jetzt können wir hier direkt, äh, das wieder angucken. Und wir sehen hier direkt, okay, ähm, es hat zumindest mal die AES-Key, den AES-Key verwendet. Und hier sehen wir auch, das Ding ist Byte, Byte-Stern, ja, das ist quasi ein, äh, Byte-Array. Und das hier ist ein Int, irgendwas mit einem Anzeigen, äh, Anzeigen-Int. Hier haben wir ein normaler Int und hier haben wir auch irgendein, naja, Byte-Array. Okay, was genau wir hier tun, ist eigentlich relativ komisch, muss ich sagen. Denn, ja, diese Funktion ist unfassbar lang, ja. Was wir auf jeden Fall sehen können, ist, hier wird natürlich auch mit unserem AES-Key wieder irgendwas gemacht, ja. Und wir sehen hier, okay, irgendwas mit diesem Int-ECX, ja. Wenn hier Int-ECX steht, dann heißt das meistens, okay, Gitra hat keine Ahnung, was es da gerade tut, ja. Es ist einfach, es ist einfach zu, too much, ja. Ähm, das heißt, hier passieren irgendwelche Dinge, die Gitra nicht ganz verstanden hat. Und das könnte natürlich nicht zuletzt daran liegen, dass das eigentlich C++-Code ist und wir das Ganze hier in C drin haben. So, aber wir haben hier einige Go-Tos, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen meistens. Ähm, und wir haben hier eine While-Schleife, wir haben hier noch eine While-Schleife und wir haben hier irgendwas mit unserem AES-Key plus 4 und AES-Key von 1 geschiftet um 16 Bit ähm, und dann hier nochmal AES-Key geschiftet um 8 und dann haben wir hier nochmal irgendwas mit oder, ja. Das sind alles Operationen, die kann man erkennen, wenn man das tatsächlich schon ein paar Mal gemacht hat. Ähm, denn das hier ist jetzt tatsächlich der AES-Algorithmus. Das ist tatsächlich die Implementierung von AES und ja, wir haben das auch schon auf meinem Kanal uns mal angeguckt, wie AES funktioniert. Das kann man rausfinden. Ansonsten, ähm, solche Bit-Operationen, also shiften oder und wenn man das dann sogar noch in Kombination mit einem Schlüssel sieht, dann kann man da eigentlich fast davon ausgehen, dass das tatsächlich irgendeine, ähm, nun ja, Funktion zu Krypto ist. Genauso hier unten irgendwas mit Kong-Cut oder sowas. Das ist sehr, sehr weird. Ähm, das wurde auch offensichtlich hier nicht ganz erkannt und eigentlich sehen wir hier auch, das ist ein XOR von zwei Registern. Also XOR ist auch meistens ein gutes Zeichen dafür, dass irgendwas mit Krypto verwendet wurde. Ihr kennt das Ganze vielleicht aus meiner Kryptografie-Reihe. Okay, ähm, ja, also das heißt, hier können wir davon ausgehen, dass hier auch wieder übrigens, dass irgendwas mit Krypto passiert, okay? Und das heißt, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir nennen das Ding jetzt vorerst mal, okay? Okay, vorerst nennen wir das IS, ähm, irgendwas mit IS. Irgendwas mit IS. Okay, so, und ja, jetzt gehen wir eins nach draußen, denn, äh, das, das bringt uns hier gerade nicht so viel weiter. So, ähm, wir sind in der Funktion irgendwas mit Dateien, okay? Anschließend geht's weiter und wir allozieren hier ein bisschen, naja, irgendwelche großen Sachen, also mit Global Alloc und diesen Special 8 Bytes. Da steht also irgendwas drin. Wir wissen noch nicht genau, was das genau ist. Allerdings können wir hier sagen, okay, ähm, hier haben wir einen, nun ja, einen Speicher, der ziemlich viel halten kann. So, wir nennen das Ding jetzt einfach mal hier Buffer for, äh, something. Ich bin irgendwie am Switchen zwischen Englisch und Deutsch. Das ist nicht so gut. Das tut mir sehr leid. Normalerweise sollte man natürlich bei Englisch bleiben. Aber, ähm, ja, ähm, in diesem Fall mache ich das jetzt leider irgendwie so hin und her. Okay, wir gucken noch mal ganz kurz weiter und schauen uns mal diese Funktion hier an. Hier sehen wir auch wieder irgendwas sehr, sehr seltsames geht hier vor. Hier haben wir auch noch zwei Funktionen, noch eine Funktion, die hier aufrufen wird. Ähm, und es wird meistens irgendwas hin und her geschoben. Das heißt, das Ding hier könnte vielleicht irgendwie auch was mit Krypto zu tun haben. Vor allem, wenn wir noch mal zurückgehen und hier tatsächlich sehen, dass dieses this plus 0 4 C 8 wiederverwendet wird. Das ist ja eigentlich unser AES-Key. Und Buffer for something, naja gut, das könnte, ähm, zumindest irgendwas Wichtiges aus unserer Datei sein, ja. Und dieses local 20, das wird hier beim Lesen nochmal verwendet. Wir lesen hier nämlich nochmal gerade in unser neues Array hier, äh, oder in unsere this-Variable ein. Das heißt, hier lesen wir vielleicht nochmal irgendwie den AES-Schlüssel ein, okay. Und zwar nochmal genau mit der kompletten Größe der Datei. Ähm, und ja, das heißt, wir haben hier höchstwahrscheinlich auch wieder irgendwas mit Krypto drin. Denn wir werden das jetzt nur noch kurz ändern. Ähm, irgendwas mit AES 2. Unser erster Parameter, der ist, ähm, unser AES-Key, AES-Key. Denn wir haben hier vorne ja schon festgestellt, dass, oder vermutlich ist es unser AES-Key, okay. Und unser zweiter Parameter, der ist der Buffer. Der dritte Parameter, den können wir noch nicht so genau sagen, da steht aktuell nur eine local 20 von 0. Und der vierte Parameter, nun ja, der ist einfach konstant 1, okay. Okay, das heißt, wir nennen den jetzt hier einfach mal konst 1. Okay, cool. So, und jetzt haben wir hier noch eine Funktion mit AES. Und, ähm, ja, wenn wir das jetzt uns angucken hier, dann sehen wir hier, okay, hier passiert wieder einiges mit dem AES-Schlüssel. Hier sehen wir auch, der AES-Key und der Buffer werden gemeinsam in einer Funktion aufgerufen. Das ist meistens ein gutes Zeichen. Das heißt, hier wird irgendwas mit dem AES-Schlüssel in den Buffer reingeschrieben. Vielleicht, vielleicht wird hier auch irgendwie dieser Schlüssel nochmal decrypted, das kann man nicht so genau sagen. Man weiß es ja nicht so richtig. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang hier. Und, ähm, wir gucken uns vielleicht nochmal ganz kurz dieses Ding hier an. Ähm, ja, der Pointer, ah gut, okay, das war der Pointer. Das DUT-Objekt, das sagt uns auch nicht wirklich viel mehr. Hm, also wirklich viel anfangen können wir jetzt hier gerade nicht. Wir hatten aber vorhin was gefunden. So, also nochmal kurz zum Recappen. Wir gehen nochmal kurz zurück hier. Ah, 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 wo sind wir? Genau, hier möchte ich hin. Okay, also wir haben hier offensichtlich hier gerade die ersten paar Bytes unseres AES-Schlüssels fertig gehabt. Und die werden verwendet, um irgendwas mit T.WNRY zu machen. Denn das Ding wird ja hier tatsächlich auch verwendet. Das ist ja File Name, ja. Das heißt, was wir hier im Endeffekt machen, ist folgendes. In der T.WNRY scheint irgendwas drin zu stehen. Ähm, also zunächst einmal erstmal einige Bytes, ja. Und dann scheint hier irgendwie drin zu stehen, ähm, dass hier ein AES-Schlüssel drin ist. Und den können wir entschlüsseln mit dem RSA-Schlüssel, den wir hier vorhin gefunden haben. Denn den haben wir hier gerade reingeladen. So, und dieses Entschlüssel mit dem RSA-Schlüssel liefert uns dann ein AES-Schlüssel. Und mit diesem AES-Schlüssel scheinen wir irgendwas mit AES vielleicht zu verschlüsseln oder zu entschlüsseln. Ähm, was hier tatsächlich, ähm, in der restlichen T.WNRY-Datei steht. Das heißt, zunächst einmal ist der Schlüssel in der T.WNRY-Datei. Und dann ist der Content auch in der T.WNRY-Datei. Okay, so, das heißt, wenn wir jetzt hier weitermachen und dieses Ding hier weiter decrypten wollen, ähm, dann müssen wir irgendwie diesen Schlüssel extrahieren. Und, ja, das ist gar nicht so ohne. Und deswegen gucken wir uns nochmal unseren Public Key-Blob nächstes Mal genauer an. Und, ja, schauen wir mal, was wir damit irgendwie machen können. Gut, ähm, dieses Mal sind wir nicht so weit gekommen. Es war mehr so Verständnis. Ich glaube, mittlerweile ist einigermaßen klar geworden, wie das Programm arbeitet, denke ich mal. Und, ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.